Wenn du mir sagen willst, dass es Anfängerhunde gibt und dass es fortgeschrittenen Hunde gibt, dann sage ich dir, dass du Unrecht hast. Das ist immer, wenn ich das höre, nichts für Anfänger. Was ist denn nicht für Anfänger? Nichts für Anfänger sind auch solche Arschlöcher, die auf dem Hundeplatz mit der Pfeife und so einem Klapperding rumlaufen und dann flexen mit ihrem tollen Hund und dann rumlaufen, kriegen nix geschissen und dann... Ja, ist ein toller Hund, aber leider nichts für Anfänger. Da müssen sie schon so ein Profi sein wie ich. Müssen sie schon so ein Profi sein. Das ist doch kein Anfängertier. Das sieht man ja auf den ersten Blick, ne? Das sieht man ja schon hier auf den ersten Blick. Komm mal her hier!